Stell dir vor, du repräsentierst die Milchwirtschaft im Herzen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Als Milchkönigin wirst du das Gesicht einer modernen Branche und eine Botschafterin für Qualität und Nachhaltigkeit. Junge Frauen, die eine tiefe Verbundenheit zur Landwirtschaft haben, sich für Milchprodukte begeistern und mindestens 18 Jahre alt sind, haben die Chance, sich für dieses Amt zu bewerben. Sie sollten kommunikativ sein und Freude daran haben, die Vielfalt und Bedeutung der Milchwirtschaft in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das Amt der Milchkönigin bietet die Möglichkeit, einzigartige Erfahrungen zu sammeln und öffnet auch Türen zu neuen beruflichen Perspektiven. Es ist eine Chance, Netzwerke zu knüpfen, an spannenden Veranstaltungen teilzunehmen und sich persönlich weiterzuentwickeln. Die Aufgaben der Milchkönigin sind so vielfältig wie die Produkte, die sie repräsentiert. Sie besucht Messen, führt Gespräche mit ganz unterschiedlichen Menschen und wirkt bei Werbe- und Informationskampagnen mit. Ihre Rolle ist es, Wissen zu vermitteln und Menschen für die Milchwirtschaft zu begeistern. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann nutze deine Chance jetzt und bewerbe dich bei uns. Auch wenn du jemanden kennst, die geeignet dazu ist, für zwei Jahre die Krone zu tragen, kannst du dich bei uns melden. Die nächste Wahlveranstaltung findet am 9. November statt und vielleicht bist du die Nächste, die durch Kompetenz und Charme überzeugt. Für mehr Informationen zur Bewerbung und zum Amt der Milchkönigin besuche www.milag.net, schreibe an info.milag.net oder rufe bei uns unter 0671 88 60 250 an. Ergreife die Initiative und werde Teil einer Gemeinschaft, die die Zukunft der Milchwirtschaft mitgestaltet. Deine Reise zur Milchkönigin beginnt jetzt! Deine Reise Deine Reise